Im Hoyers-Warda-Zoo ist am Donnerstag die Skulptur Mädchen mit Hund wieder aufgestellt worden. Die Statue wurde 1965 von der Künstlerin Dorothea von Philipsborn geschaffen und hatte erhebliche Frostschäden und Abplatzung. Von den Organisatoren der Hoyvoy History Party wurde eine Spendenaktion gestartet, die 625 Euro einbrachte. CDU-Stadträtin Gitta Kaltschmidt gab zudem 1000 Euro zur Restaurierung dazu.